Willkommen und Hallo zu einer neuen Part von Donkey Kong Country 2 Didikon's first ja ich habe ein paar Lehm gefarmt du stirbst jetzt und paar Bonus Münzen weil es ist besser wenn wir uns jetzt mal ein bisschen safen ja wir haben Crow besiegt und ich hab jetzt mehr ein bisschen noch bevor ich dieses MP jetzt weiterhin anfange mir noch mal alles aufgeschrieben was ich weiß wo sämtliche Bonusfester äh Bonusfester oh das war gut hier ist nämlich ein Bonusraum der erste ich hab mir jetzt eigentlich alles aufgeschrieben was ich weiß bis auf die Quetsch oder da da weiß ich gar nichts mehr Leute da habe ich jetzt bis dahin nix mehr geliebt bekommen reicht das noch für den Bonusmenzel gerade so noch hier gibt es nämlich zwei Bonusfester einer ist ein bisschen fies aber der andere den kann man nicht oh Schuricke dicker Fisch zum explodieren gut dass ich hier einen Decay fast in der Nähe hatte und weiter geht's und ist das schwer Bäm Bäm ich guck nein hier ist noch nix hier ist nur ein Fein zu oh Schuriken hier seid fies Checkpoint-Fass gut dass ich Checkpoint-Fass noch voll berührt hab da 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 heisiger Grundheißers Level ja das kommen wir jetzt schnell hin hier danach kommt ein fieses fieses Level die Pintöle dies wirklich fies fies hier müssen wir ganz hier müssen wir ganz schnell sein um die Decaymen zu wenigstens zu bekommen ja und jetzt Schuriken und hier ist der nächste Aua Mann ich bin ein zerpreschtlicher kleiner Fisch nämlich hier so richtig ne ne Aua naja nach dem End genau da gibt's nämlich genau dasselbe nach dem End kommt das ähm ähm Mann ey wieso nicht mich immer so leicht treffen Leicht ja nochmal zu zeigen zack wie schnell man das machen kann und ja das ist doch richtig hier genau hier was gibt's denn hier ach nur eine zwei Bananenstaubende und eine Bananenbünze schön sieh da sieh da raus als würden wir das benötigen oh Schuriken Bäm hier 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 noch nicht ok ähm du kommst noch nicht zum Explodieren oh das ist hier fies ich treffe ich treffe angeblich schon wieder nochmal einfach nochmal ganz entspannt ganz ruhig einfach von der Musik faszinieren lassen weil die ja so entspannt ist Bäm Schuriken oh nein trifft mich nicht Bäm zack nochmal boah damit ihr das immer wieder seht falls ihr boah das war sehr nein grüße noch das Decay-Fass Sagen wir's mal ausprobieren komm wir holen uns jetzt das Decay-Fass ja tut mir leid musste ich das Spiel will nicht dass ich heute mal gut spiele scheiße ok nochmal ganze Uhr zack 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 ich lass mich jetzt nicht mehr treffen versuch jetzt ganz Uhr alles zu machen weil der wird mich jetzt bisschen weniger hören aber ey ey das darf doch nicht wahr sein In der Nähe Decay-Fass Ein Decay-Fass Zack Ah doch, trotzdem übernahm Staunen Ähm Ich überspringe das jetzt So Oh, soll knapp Ah hier Seht ihr das schöne Schild? Wie? Dürfen wir gar nicht mehr benutzen Oh, geschafft Finde die Minze Okay Ach, das ist einfach hier mit der Kiste Einfach gegen den Zinger Bis die Kiste, ähm, man kaputt geht Auch das ist nicht Oh, ein bisschen immer Komm an Zack Man verlässt sich auch kaputt Damit haben wir die beiden Bundesfässer Endlich Wo lang jetzt? Ach da Oh, ich wollte unbedingt das Leben haben, aber Das Glück nicht Das Glück ist nicht auf meiner Seite Grinchy Kong Nein So wird er sofort Die Winter Dürfen Die Winter Die Winter Das ist so fies Die Winter sind so perfekt positioniert, dass man möglichst nur abstürzen kann Hier So macht man das So, und los geht's Ich will aber nicht So, nehm ich hier Sind Oh Ich will die Bananen mit sehr Der beachtet nur uns abzuknallen, das war doch klar Aber die Musik ist cool So Oh 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 Ey, das darf doch nicht Okay Nein Ich will runter Ich will runter Ich will runter Oh, ey Na toll Jetzt müssen wir hoch Na ja Ey, die Münze Die könnt ihr euch wirklich abschmieren Die hole ich mir nicht Oh Wow Ich bin gar nicht hoch Nein Schnell hoch Und der zu unten bleiben Oh, ich kann mich erinnern Hier ist nämlich Ein Bonuspass Und du kriegst mich nicht Man muss genug Schwung nach unten bekommen Dann kriegt man das natürlich hinten Das ist aber schwer Man muss genau wirklich weit hoch springen Oh, das ist cool Oh 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 Juhu Geschafft Das war mal sehr geil Hä Ich wollte gerade springen Nein Und jetzt müssen wir hoch So jetzt kommt ein Ey, was wollte ihr mit der Bananen Mit dem war auch keine Bananenstaude Ich war einfach Day-Fass und ich kann mich jetzt an etwas erinnern das fies ist ich kann nämlich nicht das ist das ist wie es weiter geht das ist gut positioniert und um man muss wirklich schnell versuch also sehr gut versuchen können alles zu teilen das war knapp hier kann ich mich oh hier kommt gleich was wo ich mich nicht gerne erinnern möchte weil sie als Kind sehr jetzt hier ja hier das ist eine so gemeine stelle aber das gab aber geschafft ja ich habe es von hier nämlich versucht ich bin hier runter gesprungen das ist schwerer als ich das jetzt gezeigt habe einfach am Rand nein der Zinger gritt mich trotzdem ok lass mal Pause müsst ihr euch so komisch bewegen runter immer vorsichtig man sieht ja man fängt ja irgendwie ein bisschen so und jetzt wieder hoch hoch du Assi schnell hoch der nächste Assi wow das war sehr knapp und jetzt hier ein Singer Konzert ok so wir haben fast alles ich will runter ich will ne ich will ne ich will runter hallo so nämlich hier möchte ich nämlich nimmst 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 optimist nimmst ne mal 1 Prozent auch geschafft es gibt es Norden Stolten er hat geschafft einfach fertig so haben wir damit alles um die Jahr so kommt schon geht nach speichern ist ja mal Gratis wenn wir mal speichern diesmal kostet das was nein ich werde nicht mehr speichern Quetschlos ich hab da keine Ahnung wo da die Bonusfässer sind ich lasse mich jetzt mal spontan mal reinfallen ich hab auf jeden Fall ein krass das sei es nicht umsonst Quetschlos das quetscht einen nämlich ich mich wundert dass die Fackel nix macht ok e noch ein Versuch ich muss noch einmal wissen es ist schwer es tut mir weh genau es tut mir weh genau es tut mir jetzt sicher oh es euch an dass der da jetzt hin kommt na ok Leute wir sind uns in der nächsten Part wieder beim Quetschlos bis dann und ciao Leute damit Bis zum nächsten Mal.